Ein reichhaltiges Festprogramm erwartet Sie heute zum Start unserer Bundeswehr beim großen Friedenseinsatz in Afghanistan. Wir werden diesen Einsatz exklusiv begleiten. Dazu gleich mehr. Und als erstes muss ich sagen, Sie wissen, Sie haben es gestern hier gehört, wir sind die großen, großen, großen Eurofans. Mein Eindruck ist, ganz Deutschland ist Eurofans, aber wir hier sind besonders große Eurofans. Und Sie auch? Ja, das ist schön. Okay, Moment. Aber ich muss Sie warnen, ich muss Sie warnen. Und zwar, man hat jetzt herausgefunden, ich glaube, unsere Freunde von Öko-Test. Es kann, es kann zu Allergien kommen. Ja, Euronickel-Allergie durch die 1 und 2 Euro Münzen. Es kann zu Allergien kommen und es ist Tributylzinn. Jetzt ganz Gefährliches. Tributylzinn im 10-Euro-Schein. Das heißt, Vorsicht, vor 1 Euro Münzen, vor 2 Euro Münzen und vor 10 Euro Scheinen. Das heißt, am besten kaufen Sie nichts, was 13 Euro kostet. Dann können Sie vermeiden, dass Sie das überhaupt anfassen müssen. Es muss nicht dazu kommen, aber es kann. Ich habe es probiert, ich habe kein Problem mit den Münzen, muss ich sagen. Ich finde nur, der 500-Euro-Schein ist ein bisschen sehr hart an der Nase. Dann, wenn ich jetzt abends über einen Geldspeicher bade, trage ich einen Neoprenanzug. Man weiß ja nie, oder? Öko-Test teilt uns freundlicherweise mit. Tributylzinn. Tributylzinn verursacht, und das ist wirklich ängstlich, also furchterregend. Bei Fischen und Schnecken Hormonstörungen. Liebe Fische, liebe Schnecken, dann zahlt doch bitte in Zukunft mit Karte. Der Euro ist so giftig, ich höre schon den Anwalt sagen, wir haben den Prozess gewonnen, aber Ihr Mann will alles in bar bezahlen. Frau Wusso. Unsere Bundeswehr auf dem Weg nach Kabul. Sie wissen, Zwischenlandung in der Türkei. Dort ist, wie man das in der Türkei kennt, Schnee. Viele fahren ja in die Türkei mittlerweile zum Skifahren. Und man ist noch in Trabzon. In Trabzon, in der Türkei, wartet man jetzt drauf, um die Friedensmission, die große Friedensmission der UNO unter Leitung unserer amerikanischen, uneingeschränkt solidarischen amerikanischen Freunde, starten zu dürfen. Und bei der Landung in der Türkei, der Bundeswehrsoldaten, gab es einige Missverständnisse, weil die Türken haben gedacht, es kommen die Bewährungshelfer für Christoph Daum. Nein! Natürlich, in Kabul sind die Verhältnisse anders als hier. Man spricht von gebäudeähnlichen Unterkünften. Gebäudeähnlichen. Es ist wie in diesem Lied. Wir Älteren kennen das. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Es ist wie in diesem Lied. Nur ohne Kaserne, ohne Toren, ohne Laterne. Helmut Charlotte, The Lion King. Vor der Kaserne, die, 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 die... Das kann ich Ihnen sagen. Das kann ich sagen. Ich kann es verstehen. Wir kennen uns lange genug, meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause sagen, der Schmidt, nein, ich mag ihn nicht. Aber die Tiere, die er immer da hat, so was von süß und heute kommen zwei Tiere, die werden ihre Herzen im Sturm erobern. Es ist ein Robben-Pärchen, ein Seelöwen-Pärchen, nämlich Elvis und Chippy. Und als ZDF-Fans kennen Sie sie bereits. Sie spielen die Hauptrollen in der erfolgreichen Serie Hallo Robby, in der unser Freund Carsten Speck einen Seelöwen, nein, was? Einen Meeresbüro, einen, 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 Carsten Speck, die Geschichte eines Mannes zwischen zwei Seelöwen. Und er spielt an Meeresbiologen samstags um 19.25 Uhr große Erfolg. Und Sie werden mit Ihrem großartigen Trainer Roland Duss und seiner Gattin, seiner charmanten Gattin hier bei uns zu Gast sein. Und Sie werden es nicht glauben, was diese Tiere können. Wirklich. Ich kann es verstehen, wenn Sie sagen, wenn ich Schmidt im Fernsehen schalte, ich ab. Aber wenn Sie in ungefähr 25 Minuten wieder einschalten, ja, der Hammer. Wirklich wahr. Diese Tiere sind sowas von süß. Und Sie haben schon draußen den LKW gesehen, oder? Vor der Halle. Das ist der große LKW, denn Sie leben sonst irgendwo in Spanien. Ja. Bei Benidorm in einem großen, in einem großen Freizeit-Tierpark. Und es ist wirklich eine absolute Attraktion. Und bis dahin weitere Kunststückchen, nämlich mit unserem Herrn Andrack. Sie wissen es, um die, ähm, das ist unser Liebling des Monats, Januar, meine Damen und Herren, gestern mit überwältiger Mehrheit hier im Studio gewählt, Kuchers Landhotel in Darscheid in der Vulkaneifel. Wo Herr Andrack einen rabenschwarzen Tag in der Küche erwischt haben muss. Denn Kuchers Landhotel ist ein Gourmethotel. Dafür kennt man es. Und ich bin überzeugt, es war, ich glaube auch, du warst zu kritisch an diesem Tag. Ja, genau. Das ist ein Spitzenrestaurant. Es ist ein Spitzenrestaurant. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt... Unsere Bierwirtschaft tut sich ein bisschen schwer. Nicht jetzt Wirtschaft im Sinn von Kneipe, sondern von Ökonomie. Und aus diesem Grund hat Herr Andrack, der ein großes Herz hat, gesagt, er wird ab jetzt, jeden Tag bis zum Ende dieser Show in 35 Jahren, jeden Tag ein Bier von einer anderen Brauerei trinken. Genau. Gestern war es Heineken. Ja. Auch als Verbeugung vor dem kürzlich verstorbenen Freddy Heineken, dem Gründer. Alfred, Albert. Welches Bier ist es heute? Heute ist es Efes Pilsener aus der Türkei. Efes Pilsener aus der Türkei? Ja. Auch in Deutschland erhältlich? Ja, selbstverständlich. Ja. Wie schmeckt es? Achso. Eigentlich gut. Also es ist schön kühl. Aber? Was heißt eigentlich gut? Ja, es steht auch immer drauf, dass man es kühl trinken soll. Also ich glaube, wenn das... Nein, es schmeckt... Es hat so ein bisschen so eine leicht süße Milde. Eine süße Milde? Efes Pilsener Brümjumbier. Ja. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Nein, weil... Aus Solidarität... Vorhin schon ein Kästchen getrunken, ja? Nein. Hallo Herr Schmidt. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst Heiligabend. Ja, und... Nein, aus Solidarität mit unseren Jungs, die ja jetzt in der Türkei sich befinden. Zwischenstopp machen. Wir haben bei der Bundeswehr angerufen, ich wollte eigentlich das trinken, was die auch in Afghanistan jetzt trinken. Ja. Aber die haben bei den Ersteinsätzen, haben die noch kein Bier dabei. Aha. Erst wenn die länger irgendwo stationiert sind, dann gibt es Dosen, Warsteiner und Becks. Sail away. Führen die Einsätze. Ja, man hat uns jetzt gesagt, dass die, also jetzt wohl in Afghanistan erstmal das Bier sich mit den Englandern teilen werden. Also englisches Bier trinken. Ja. Was wird das sein? Englisches Bier. Englisches Bier. Ja, und heute Abend trinken Sie natürlich in Trabzon, trinken Sie dann wahrscheinlich ein schönes Effes. Ein schönes Effes. Denn das sollten wir mal sagen, es ist nicht nur so, dass du jeden Abend Bier trinkst, sondern es ist inhaltlich eingebunden. Absolut. Jeden Tag wird diese Biermarke einen inhaltlichen Bezug zu dem haben, was sonst in diesem Programm passiert. Das ist wie so bei Schauspielern, die sagen, ich ziehe mich nur nackt aus, wenn es inhaltlich eingebunden ist. Genau. Ja. Und man findet immer einen Grund. Heute alt, Trabzon. Ja. Ist das die berühmte Trabzon von diesem erstklassigen Fußballverein? Trabzon-Spor, ja. Trabzon-Spor. Meistens... Trainiert von Hans-Peter Briegel. Trainiert von Hans-Peter Briegel? Ja. Wie viele deutsche Trainer sind zurzeit in der Türkei? Drei. Briegel? Briegel, Daum bei Besiktas. Und? Und jetzt ganz neu, Lorand bei Fenerbahce. 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 Nicht Fenerbahce, Fenerbahce. Fenerbahce. Besiktas, sagt man Besiktas? Besiktas? Besiktas. Oder Besiktas? Besiktas. Besiktas, Besiktas, wir klären das bis morgen oder bis nachher. Trinken und Schluck, dann spricht sich vielleicht leichter aus. Besiktas, Istanbul. Folgendes. Woüber Sie eine Zeitung aufschlagen, Sie werden feststellen, kritische Stimmen zu unseren Bundeswehreinsätzen. Wir sind durchaus auch kritische Staatsbürger, aber natürlich sind wir uneingeschränkt solidarisch mit unserer modernen, leistungsfähigen, psychologisch geschulten Armee. Und wir werden während dieses Einsatzes unsere Armee von hier aus, von der, früher hätte man gesagt Heimatfront, aber diese Begriffe sind ja zum Glück nicht mehr nötig, mental unterstützen. Und wir haben gedacht, man landet, man ist noch vielleicht einen leichten Kopf vom Efes aus der Türkei, in Kabul, wie ist das Wetter? Das sollte man eigentlich in Zukunft wissen. Ja, stimmt. Das Wetter in Kabul, Außentemperatur, Innentemperatur und so weiter. Wir schlagen vor, Top 5 Sätze, die unsere Bundeswehrsoldaten bei dem von der UNO mit einem robusten Mandat ausgestatteten Friedenseinsatz in Afghanistan eventuell vielleicht einmal ganz gut gebrauchen können. Unser Angebot für einen ersten Kontakt. Hier sind die Top 5 Sätze, die unsere Bundeswehrsoldaten bei einem von der UNO mit einem robusten Mandat ausgestatteten Friedenseinsatz in Afghanistan eventuell vielleicht ganz gut gebrauchen könnten. Nummer 5. Gib mir sofort meine Nahtag-Kampfausrüstung zurück. Nummer 4. Wussten Sie, dass Sekt länger frisch bleibt, wenn man einen Löffel in die Flasche steckt, Herr Laden? Nummer 3. Ach du Kacke, wo ist mein linkes Bein? Nummer 2. Willst du noch auf einen Kaffee mit drauf in meine Höhle kommen? Und der Top Number One Satz eines total rumbusten mit der UNO-Mandat ausgestatteten Einsatz unserer Bundeswehr, die man vielleicht in Afghanistan einmal ganz gut gebrauchen könnte, ist, nehmen Sie nur D-Mark. Hallo Herr Schmitz. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein. Kriege ich erst heilig an. Aber es geht weiter. Die Bundeswehr, eine hochmoderne Armee. Wir alle wissen, was jetzt bei der Wehrmachtsausstellung für Bilder zu sehen sind. Sollte es mal eine Bundeswehrausstellung geben, wird es solche Bilder nicht geben. Denn Psychologie steht ganz oben. Sicherheit der Soldaten, eingebunden sein in einen internationalen großen Auftrag, wie jetzt dieses robuste UNO-Mandat, unsere NATO-Partner unter Führung unserer amerikanischen und englischen Freunde. Und wir haben uns umgehört bei der Bundeswehr. Und es gibt Folgendes. Es gibt Entspannungsübungen auf CD vom Zentrum Innere Führung der Bundeswehr. Das ist diese CD. Innere Führung in Koblenz, Informations- und Medienzentralen. Das ist großartig. Unsere Jungs haben das im Gepäck. Kann man überhaupt sagen, unsere Jungs, oder ist das zu despektierlich? Ne, es sind unsere Jungs, wie unsere Nationalmannschaft. Bitte, 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 bist du wahnsinnig. Wir wollen, dass sie gesund zurückkommt. Aber es wäre auch vielleicht mal was für unsere Nationalmannschaft, um eine Möglichkeit. Sagen wir mal, sagt, über die Meditation zum Kampf finden und dann zum Sieg. Die Musik wurde eingespielt von Dr. Michael Schramm, dem Leiter des Stabsmusikschor der Bundeswehr. Großartige Band, immer bei großen Anlässen. Gerade ich als Zivildienstleister höre gern Militärmusik. Habe ich festgestellt. Schon während des Zivildienst habe ich gerne mal einen flotten Marsch aufgelegt. Das muss kein Widerspruch sein. Denn ich sage immer so, wer flöte, schießt nicht. Das ist eine Form von Friedenssicherung. Der Sprecher ist Oberst Hans-Jürgen Volkertz. Und da sollten Sie mal drauf achten. Ich finde, Oberst Volkertz hat einen ähnlichen, leichten Akzent wie Bodo Hombach. Achte mal auf das R gleich. Hier, Bodo Hombach bleibt ja Balkanbeauftragter, habe ich jetzt in der FAZ gelesen, jetzt aber im Auftrag der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und wenn Sie hier mal drauf hören, ja, Sie werden hören, das R von Oberst Volkertz ist ein bisschen ähnlich wie das von Bodo Hombach. Und das sind Übungen, die die Soldaten hören, falls irgendwo ein Schuss fällt draußen. Nein, zur psychologischen Vorbereitung. Ach so, zur psychologischen Vorbereitung. Ja, nein, es ist ja wirklich, also man hat sich das erklärt, dass vor 1996 es das richtig verpönt war bei der Bundeswehr, über einen eventuellen Tod von Kameraden oder so nachzudenken. Und das ist natürlich schon schwierig, also psychologisch. Und darauf werden jetzt alle Soldaten bei den Auslandseinsätzen vorbereitet. Mit der CD und mit Lehrgängen. Mit Lehrgängen. Zu der CD kommen wir gleich. Gleich, wir kommen gleich zu dieser CD. Aber erst zeigen wir Ihnen diese Lehrgänge. Und zwar, das hat auch die innere Führung ausgearbeitet. Das ist das Arbeitspapier und das wird normalerweise als Foliant auf so einen Overhead-Projektor. Kennen Sie auch aus der Schule, wo immer der Streber den aufgebaut hat für den Lehrer. Unser eins hat schnell noch einen Pimmel drauf gemalt. Und dann kam die Referendarin und sagte, nun, heute der Zitronensäurezyklus. Harald, es reicht! Dabei war ich es gar nicht. Ich habe nur einen angestiftet. Hier, das Arbeitspapier, das wäre auch was für unsere Industrie, für unsere da Niederliegenden. Oder für den Kanzler, dem jetzt die Hände zittern, die ehemals ruhigen. Das ist das Arbeitspapier der Bundeswehr, innere Führung, Stressmanagement oder wie bleibe ich stark? Das ist interessant, psychologisch. Nicht, wie werde ich stark, sondern wie bleibe ich stark? Ich muss also schon stark sein, wenn ich in dieses Seminar gehe. Es ist nichts für Loser, die sich hochpumpen lassen wollen. Nein, es geht darum, wie bleibe ich stark? Verschiedene Belastungsfaktoren können einen Bundeswehrsoldaten im Einsatz für den Frieden treffen. Das sehen Sie hier. Aufgemalt. Leben auf engstem Raum. Klar. Ja, dann geht es weiter. Sprachprobleme. Nicht nur intern, sondern auch mit Verbündeten. Ja. Weiterer schwerer Belastungsfaktor, Aids. Hier wird hohohoho gemacht. Ja. Das findet man natürlich in der Wehrmachtsausstellung nicht, Warnung vor Aids. Das gab es noch nicht damals, heutzutage gibt es das, aber das heißt, sollte es zu Kontakten mit weiblichen Personen, nicht im Kampf, aber in der Gefechtspause zum Beispiel, oder beim Warten auf den Friedenseinsatz kommen, bitte Kondome. Ja. Toll, dass die Bundeswehr das nicht tabuisiert. Gerade für Familienväter und so weiter ist es ja wichtig. Nein, also, die sind ja nicht betroffen. Natürlich nicht, das ist ja aber, wenn ein Single zum Beispiel, ein Single in Kabul, schöne Sat.1-Movie. Nächste Woche, Single in Kabul. Er kam mit der Bundeswehr und ging als Mann. Trink doch nicht, während ich spreche. Ich muss dann, ich muss doch schon in jeder Sendung auch die Flasche austrinken. Ist es so schwierig? Ja, aber wann soll ich denn trinken? Also Aids, waren wir gewarnt. Dann Schlafdefizit, das ist klar, bei dem Lärm, wenn im Zelt nebenan gefeiert wird, kann man es sicher. Dann, weiterer Stressfaktor, Einschränkung der Freizeitaktivitäten. Zu wenig Luft in den Bällen zum Teil. Weitere Belastungsfaktoren hier. Kulturunterschiede, andere Mentalität. Das muss man einfach wissen, dass Leute unterschiedlich reagieren. Ja. Weiter bitte. Dann, Suchtgefahren. Ja. Das kennen wir aus Vietnam. Oh ja. In Filmen wie Platoon oder Apokalypse Now. Genau. Ja. Dann, Erleben von Willkür und Brutalität. Kann leider im Krieg vorkommen. Ja. Der Unterschied, Armut, Reichtum. Das bezieht sich immer auf die Völker, sozusagen denen wir helfen. Das sind nicht interne Probleme der Bundeswehr, sondern der Unterschied. Dann ein ganz wichtiges Problem, Langeweile. Tja. Und überlastete Vorgesetze. Verantwortung. Stress. Genaueres dazu im nächsten Blatt, nämlich extreme Temperaturen und Klimabedingungen. Wir werden das also täglich das Kabul-Wetter durchgeben, damit man sich darauf einstellen kann. Dann ungewohnte Ernährung, im Sinn von gar keine. Mangelhafte Hygiene. Das ist ja nicht mehr so wie früher mit Latrine und Donnerbalkenromantik, sondern man möchte ja heute wirklich die hygienischen Maßstäbe aus Westdeutschland einigermaßen auch im Friedenseinsatz vorfinden. Lärm. Ganz wichtiger Stressfaktor. Das habe ich bei Ernst Jünger gelesen, wie lange, lange es im Schützengraben dauert, bis man zum Beispiel ein Schrapnell von einer Granate unterscheiden kann. Allein vom Sound her. Gerüche kann belastend wirken, ja, aber es geht noch weiter, nämlich Zentrum Inneres Führung der Bundeswehr, die Trennung von Vertrauten. Da dachte ich zunächst mal, hätte die DDR wieder rausgerissen. Das ist ja hier oben, ja. Weiß ich. Die Angst, von der Familie getrennt zu sein. Dann kommen zwei sehr, sehr wichtige Elemente. Angst vor dem Einsatz und natürlich die Angst im Einsatz. Was ich vermisse, ist die Angst nach dem Einsatz. Aber das könnte man nicht machen, weil sonst würde ich sagen, bleib doch einfach zu Hause. Ja, aber das ist natürlich im Rahmen unserer internationalen Eingebundenheit und das ist es auch, was uns wieder zu einem doch geschätzten Mitglied in der Völkergemeinschaft gemacht hat. Dass wir keinen deutschen Sonderweg mehr gehen, sondern mit dabei sind, wenn es darum geht, Frieden zu stiften. Kommunikationseinschränkungen, kein D2-Netz natürlich in Tora Bora, das ist klar. Ja, und Versagensangst. Am Steuer? Heißt es hier? Ich glaube, es ist gut. Relativ neutrales, wobei es mich schon irritiert, dass die Bundeswehr ein Foto rausgibt, wo man genau auf den Mittelstreifen fährt. Aber, das ist, ich war ja nicht beim Bund. Ne, ich auch nicht. Ich habe ja aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe verweigert, damals. Haben Sie auch, die Gründe weiß ich gar nicht mehr. Muss mal nachgucken, muss sich das schriftlich einreichen auf zwölf Seiten. Dann, jetzt kommen wir zum letzten Folianten der Belastungsfaktoren. Stress. Erleben des Stresses von Kameraden und Vorgesetzten. Man selber ist eigentlich gut drauf, aber Kumpel Walter von der Pritsche nebenan dreht durch. Kennt man eigentlich vom Pfadfinderzeltlager. Der Unterschied beim Pfadfinderzeltlager ist natürlich, da kam zwei Tage später, der Vater von Walter hat ihn abgeholt. Das geht natürlich in Kabul nicht. Ist klar. Ja, weiterer Stressfaktor. Umgang mit Schwerverletzten und Schwerkranken. Und dann, sehr ernstes Thema, Erleben des Sterbens. Das Erleben des Sterbens. Und das ist wichtig, bis vor fünf Jahren war diese ganze Thematik in der Bundeswehr noch thematisiert. Nee, tabu. Also eben nicht tabuisiert. Tabu? Ja. Ich habe gesagt thematisiert. Ja, genau. Nein, die Thematik war tabuisiert. Ganz genau. Und jetzt wird das Tabu thematisiert. Das Erleben des Sterbens. Bei anderen natürlich. Ja, klar. Ja, wieso? Ja, entschuldige mal. Das ist doch. Das Erleben von Sterben kann ich nur bei anderen. Hast du schon mal, wer fragt, wie haben sie das eigentlich Sterben erlebt? Ja, das sind doch diese Leute, die haben wieder zurückgekommen. Es ist noch keiner zurückgekommen. Das kannst du überall lesen. Es ist noch keiner zurückgekommen. Falls doch, wir blenden am Ende der Sendung die Nummer von Vera 1. So. Jetzt, also zurückkommen aus dem Reich der Toten, meine ich jetzt. Nicht vom Bundeswehreinsetzen. Ja. Na ja, das ist ja, Sie wissen doch, wie das ist, heute sogar. Nein! Es wird einem doch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Dann, Schuldgefühle durch Verursachung von Verwundung und Tod. Subjektive Schuldgefühle. Also, das heißt, ich würde mal sagen, als Armee kann man nicht mehr mehr tun für die psychologische Vorbereitung, um den Soldaten zu sagen, es ist eine heikle Mission, wir wollen, dass alles gut geht, aber es ist natürlich doch ein militärischer Einsatz. Und jetzt gibt es sozusagen als Höchststufe der Entspannung diese CD. Und wir hören mal rein in die Nummer 5. Ja? Eine Schnellentspannungsübung. Es spricht Oberst Hans-Jürgen Volkertz. Für mich ein ähnlicher Dialektanklang wie bei Bodo Hombach. Und Orgel spielt, glaube ich, Dr. Michael Schramm. Und achten Sie bitte darauf, wie sehr die Orgel die Entspannung musikalisch einleitet und fördert. Der Charakter der Musik. Und ich werde diese Übung jetzt mitmachen. Sehr gut. Nummer 5. Schnellentspannungsübung. Zentrum der inneren Führung der Bundeswehr. Sie können zu Hause auch mitmachen. Sie kriegen alles gesagt. Sie brauchen nur machen, was gesagt wird. Sicherlich kennen Sie den Roman von Victor Hugo, Der Glöckner von Notre Dame oder eine seiner Verfilmungen. Der Glöckner von Notre Dame, sein Name war Quasimodo. Er hatte einen Buckel, viel Gemüt und sah schrecklich aus. Die Körperhaltung dieser Übung erinnert an ihn. Vielleicht achten Sie deshalb darauf, diese Übung nicht gerade während öffentlicher Anlasse durchzuführen. Die Übung könnten Sie missverstehen. Die Übung Quasimodo ist die wichtigste und spürbar effektivste Entspannungsübung. Sie erreicht mehrere Ziele. Sie verbessert die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Sie löst alle Arten von Verkrampfungskopfschmerz im Nu. Sie erfrischt, sie lindert oder beseitigt Verspannungen im Nacken und sie stellt Wohlbefinden her. Nicht von ungefähr ist diese wichtigste Übung auch gleichzeitig die schwierigste. Achten Sie deshalb mit gesteigerter Aufmerksamkeit auf die Übungsbeschreibung, besonders aber auf die Entspannungsphase. Arten von Verkrampfungskopfschmerz im Nu. Bitte denken Sie daran, in der Phase der Anspannung ständig intensiv weiter zu atmen. Winkeln Sie die Arme an und lassen Sie die Hände locker. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie ruhig durch. Ziehen Sie nun die Schultern hoch, als ob Sie damit Ihr Ohrläppchen berühren wollten. Noch höher, noch höher. Drücken Sie den Kopf zurück, ohne dabei nach oben zu schauen. Noch weiter zurück. Konzentrieren Sie sich auf das Polster, das durch diese Bemühungen in Ihrem Nacken entstanden ist. Drücken Sie nun diese Nackenrolle zwischen Hinterkopf und Schultern kräftig zusammen. Drücken Sie. Drücken Sie noch mehr. Und immer noch kräftiger zusammendrücken. Quetschen Sie. Atmen Sie dabei tief durch. Quetschen Sie so kräftig, bis der Kopf zu vibrieren anfängt. Und noch mehr. Und noch stärker. Ignorieren Sie eventuell auftretende Schmerzempfindungen. Lassen Sie nun die Schultern völlig herabsinken und den Kopf so weit nach vorne fallen, bis Ihr Kinn die Brust berührt. Machen Sie das in einer einzigen, fließenden, ununterbrochenen Bewegung. Lassen Sie die Augen geschlossen. Und atmen Sie ruhig und regelmäßig. Ohne das Kinn von der Brust zu nehmen, versuchen Sie nun, das rechte Ohr auf die rechte Schulter zu legen. Dann das linke Ohr auf die linke Schulter, ohne dabei die Schultern hochzuheben. So spannen sich deutlich spürbar die Sehnen, welche vom Ohr zur Schulter gehen. Also nicht das Kinn hin und her bewegen, sondern den Kopf zur Seite legen. Atmen Sie ruhig und regelmäßig und genießen Sie die Entspannung eine kleine Weile. Die Entspannungsphase muss besonders gründlich und lange durchgeführt werden. Lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie bemerken, dass der gesamte Nackenbereich ungewohnt warm ist, so als wären Sie gerade massiert worden, und Sie fühlen sich entspannt und wohl, dann haben Sie alles richtig gemacht. Sollten Sie dagegen Druck im Kopf oder gar beginnende Kopfschmerzen spüren, dann ist bei Ihnen Pressatmung eingetreten. Das heißt, Sie haben nicht ruhig und regelmäßig weitergeatmet. Am besten, Sie machen die Übung gleich noch mal unter besonderer Beachtung der richtigen Atmung, dann verschwinden diese Nebenwirkungen wieder. Jetzt sieht die Platte aus. Das war's. Das ist toll. Es ist schon mal, liebe Tierfreunde, die Stars aus der ZL4 und Serie Hallo Robby, mit ihrem Trainer Roland Duss und seiner Frau Petra. Hier bei uns das Seelöwenpärchen Chippy und Elvis. Herzlich Willkommen, hallo. Hallo, hallo. Elvis. So, wer ist Chippy, wer ist Elvis? Das ist Chippy. Und das ist Elvis. Das ist Elvis. Er stellt sich gleich selber vor. Er ist das Männchen und Chippy ist seine Frau. Eine von seinen Frauen. Wie viel hat er? Vier. Ist das bei Seelöwen normal? Ja, ganz normal. Ja? Ganz normal. Die haben auch eine Tochter, eine gemeinsame. Haben sie auch eine Tochter, ja? Ja. Wie heißt die? Joey. Joey. Die ist jetzt in diesem Hallo Chippy. Ist er schon dressiert oder ist das so eine natürliche Reaktion? Beides zusammen. Ja. Einen Teil davon hat sie gelernt und jetzt benutzt sie es natürlich, wenn sie Aufmerksamkeit erregen will. Ich meine, das sind ja, wenn man hier so steht, riesengroße Tiere. Wie schwer ist Elvis? 350 Kilo. Ja. Sind das Raubtiere eigentlich? Sind Raubtiere. Das heißt, was fressen die so normalerweise? Fisch. Ja. Hier. Ja, lecker, ne? Hä? Möchtest du den haben? Ja. Der hat ja richtige Zähne. Hat er? Ja. Hier. Wie Löwe. Das heißt, wenn man da reinkäme mit dem Arm oder so, ist das nicht ganz gut. Also, wenn man sich nicht mehr gut mit ihm verstehen würde, könnte das einige Verletzungen hervorrufen. Sie verstehen, hallo Chippy. So. Ach, das ist aber süß. Es gibt ja richtig Quote. Tja, Elvis, Sebo. Schieb jetzt, hör auf. Komm, ist gut. Setz dich mal hin. Weißt du was? Dann haben wir ein bisschen Ruhe. So. War das gerade Händchen gegeben, was ich mit ihm gemacht habe? Nach Fisch hat sie gefragt. Ach so. Das war mit einer Flosse nach Fisch. Da, 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 da. Ja. Ach so gut können Sie mit ihm... Kann es sein? Er hat auch noch Fisch gefragt. Ach so, ja. Ja, ja. Das war Patagonisch. Haben Sie den Tieren die Tricks beigebracht? Ja, den Tieren haben wir die Tricks beigebracht. Für Fernsehserien, die müssen ja immer auf Anhieb funktionieren. Noch mal Fisch? Noch mal Fisch. Ja. Unendlich viel. Macht Sie das bei jedem so mit der Flosse oder... Wollen Sie es versuchen? Einmal. Aber die Flosse schütteln können Sie doch mal. Sag mal schön. Hier. Schönen guten Tag sagen. Hallo. Oh, die fühlt sich aber schön an. Alice, hör auf. Ja, ist er ein bisschen eifersüchtig? Mehr aufs Futter. Aha. Aber wie ist das denn? Ich habe gehört, in der Zeit, wo er sozusagen ein neues Weibchen sucht oder was, ist das nicht ganz ungefährlich? Nee, und ein anderer, dann kehren sie richtig, das raubt die raus. Wirklich? Ja, sie haben also richtige Kämpfe. Schiebt sich jetzt hin, sei lieb. Okay? So. Ist schlimm, ne? Wo leben die normalerweise? Das sind patagonische Seelöhlen, also südamerikanische. Ja. Und jetzt aber, da haben Sie sie ja nicht geholt oder die leben ja jetzt bei Ihnen irgendwo. Nee, er kommt erst aus dem Zoo und sie ist schon bei uns geboren und jetzt sind wir bei der zweiten Generation und vielleicht ist die dritte auch schon mal unterwegs. Also das ist ja ein Zeichen dafür, dass es Ihnen gut wäre. Es sind ja immer viele Tierschützer, die da sehen und sagen, diese armen Tiere im Fernsehen, das ist nicht artgerecht, ja? Diese Tiere sind nicht vom Aussterben bedroht. Sind nicht vom Aussterben bedroht. Werden die nicht gejagt? Werden nicht gejagt. Das einzige Problem, was wir haben, sind an Ihrem Leben, die Lebensräume, die verschmolzen werden und die Überfischung. Das ist natürlich ein anderes Problem. Und Sie haben natürlich natürliche Feinde. Und natürliche Feinde. Wer ist das? Stehen ganz oben auf der Liste von Killerwallen. Also so ein Killerwall, sie ist wirklich ganz lieb. Absolut, ich spüre das. So ein Killerwall, der benötigt so zehn junge Sehneuren am Tag, um satt zu werden. Am Tag? In der Zeit, ja, wenn die Jungen die Größe haben. Also gut, das ist die Natur, da wollen wir uns nicht einmischen. Richtig. Ja, das klingt brutal, ist aber so. Ist aber so. Ja. Was kann denn Chibi so? Was muss ich denn mit Karsenspeck alles machen? Tja, einfach aktiert wie ein Schauspieler. Sie hat genießt, ja? Nein, sie wollte zeigen, dass sie ein Seelöwe ist. Sie hat also gelernt, auf Kommando wie ein Löwe zu grüllen. Schib ihn, Mama wie ein Löwe. Mama, wow. Sehen Sie, genau so. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Seelöwe und... Ah, schib, setz dich hin, los. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Seelöwe und Seehund? Ja. Und zwar ist das etwas, das wirklich Nachholbedarf besteht. Wo wirklich Nachholbedarf besteht. Weil die Leute verwechseln das immer mit den Seehunden. Man sagt immer Seehunde, überhaupt nicht. Weil es ist ganz einfach auseinander zu kennen. Seehunde haben ganz kurze Flossen vorne. Aha. Eins von den Merkmalen, ne? Jawohl, also er hat zwei große und hinten hat auch noch zwei. Zeig mal die zwei hinten. Ganz kaum, ne? Und es ist richtig, man kann mit Ihnen ein Interview machen? Ja, kann man, ne? Kann ich das auch machen oder müssen Sie das machen? Ne, können Sie machen, ne? Er spricht einfach, wenn ich eben das Mikrofon hinhalte. Richtig, einfach das Mikrofon hinhalten. Elvis, sag mal was Schönes, was Nettes. Ne, hier das Mikrofon, guck, hier. So. Da kommt aber ein richtiger Strahl. Das wird aber richtig warm. Ja, da kommt reinige Luft raus. Wie ist das denn so in der Zeit, also mit dem Paarungsverhalten? Ist er da aggressiv? Haben Sie auch Angst vor ihm in der Zeit? Also, in der Zeit stellen wir einfach das Arbeiten ein. Ich meine, das ergibt sich von ganz alleine. Ja. Er kümmert sich dann so intensiv um ein Weibchen und ich bin also noch so geduldet mit Mastern von drei, vier Metern und alles, was darüber ist, gelte ich dann schon als... Ich setze dich jetzt hin. Ich setze dich hin, los. Merken Sie das rechtzeitig, wenn es mit dem Paarungsverhalten soweit ist? Einfach ein riesen Radau. In dem Stil hier. Und dann wissen wir auch Bescheid. Und dann brauchst du gar nicht mehr diskutieren. Dann lässt man ihn in ihre Ruhe. Ja, wie lange dauert das? Das ist eigentlich, wenn das so alles schön funktioniert und die zwei harmonisieren, so wie das bei uns der Fall ist, so 24 Stunden. Und jetzt ist es möglich, dass unsere liebe Susanna ein kleines Kunststück mit der Elvis macht. Ich muss sagen, ich finde das ganz toll. Ich hätte mich nicht getraut. Wirklich. Ich habe mich nicht mehr. Eben waren die ruhiger. Eben waren die ruhiger, aber ich glaube, das ist toll. Ihr habt das heute Mittag ein bisschen geübt und es hat ja toll funktioniert. Das ist Frau Duss. Und Susanna wird jetzt auf der Schnauze von Elvis reiten. Ich finde es toll. Ich möchte mich nicht getraut. Ja, nein, nein. Wollen wir mal kurz? Ja? Also, ganz locker. Draufsetzen. So, Beine ein bisschen anziehen. Hier, hier. Bantanne! Und, auch nicht. Hier, Platz. Er ist Platz. Was? Ja, hoffentlich. Ja, aber toll. Aber ganz toll. Ich hätte mir das nicht getraut. Das ist ja auch ein bisschen stattgelegt. Ja? Ja. Er ist schlecht rasiert. Ja. Die Tiere leben. Wo leben die Tiere? In Spanien sind die in einem großen Tierpark, in einem Freizeitpark, habe ich gelesen. Ja, also ein richtiger Tierpark mit dem Delfinarium. Großes, wunderschönes Delfinarium. Das Mundo Mar in Spanien. Ja. Da sind die zu Hause, wenn wir nicht drehen oder nicht unterwegs sind mit dem Zirkus. Und da werden die gehegt und gepflegt. Gehegt und gepflegt und gepflegt. Und so. Sieht man ihn an, ne? Ja, doch, doch. Er ist gut gepflegt und gehegt. Das sieht sehr gut in Schuss aus, ja? Morgen Abend bei uns zu Gast Anke Engelke und Werner Herzog. Chipi und Elvis. Das war für heute, meine Damen und Herren. Dankeschön. Im Sinn von gar keine. Mangelhafte Hygiene. Das ist ja nicht mehr so wie früher mit Latrine- und Donnerbalkenromantik, sondern man möchte ja heute wirklich die hygienischen Maßstäbe aus Westdeutschland einigermaßen auch im Friedenseinsatz, aus Deutschland einigermaßen auch im Friedenseinsatz vorfinden. Lärm. Ganz wichtiger Stressfaktor. Das habe ich bei Ernst Jünger gelesen, wie lange, lange es im Schützengraben dauert, bis man zum Beispiel ein Schrapnell von einer Granate unterscheiden kann. Allein vom Sound her. Gerüche. Kann belastend wirken. Ja, aber es geht noch weiter. Nämlich Zentrum Inneres Führung der Bundeswehr, die Trennung von Vertrauten. Da dachte ich zunächst mal, hätte die DDR wieder rausgerissen. Hier oben, ja. Weiß ich. Die Angst, von der Familie getrennt zu sein. Dann kommen zwei sehr, sehr wichtige Elemente. Angst vor dem Einsatz und natürlich die Angst im Einsatz. Was ich vermisse, ist die Angst nach dem Einsatz. Aber das könnte man nicht machen, weil sonst würde ich sagen, bleib doch einfach zu Hause. Ja, aber das ist natürlich im Rahmen unserer internationalen Eingebundenheit und das ist es auch, was uns wieder zu einem doch geschätzten Mitglied in der Völkergemeinschaft gemacht hat. Dass wir keinen deutschen Sonderweg mehr gehen, sondern mit dabei sind, wenn es darum geht, Frieden zu stiften. Kommunikationseinschränkungen. Kein D2-Netz natürlich in Tora Bora, das ist klar. Ja, und Versagensangst. Am Steuer? Heißt es hier? Ich glaube es ist gut. Relativ neutrales, wobei es mich schon irritiert, dass die Bundeswehr ein Foto rausgibt, wo man genau auf den Mittelstreifen fährt. Aber, ich war ja nicht beim Bund. Nee, ich auch nicht. Ich habe ja aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe verweigert, damals. Die Gründe weiß ich gar nicht mehr. Muss mal nachgucken, muss sich das schriftlich einreichen auf zwölf Seiten. Dann, jetzt kommen wir zum letzten Folianten der Belastungsfaktoren. Belastungsfaktoren, Stress. Erleben des Stresses von Kameraden und Vorgesetzten. Man selber ist eigentlich gut drauf, aber Kumpel Walter von der Pritsche nebenan dreht durch. Kennt man eigentlich vom Pfadfinderzeltlager. Ich will holen. Der Unterschied beim Pfadfinderzeltlager ist natürlich, da kam zwei Tage später, der Vater von Walter hat ihn abgeholt. Das geht natürlich in Kabul nicht. Also nicht das Kinn hin und her bewegen, sondern den Kopf zur Seite legen. Atmen Sie ruhig und regelmäßig und genießen Sie die Entspannung eine kleine Weile. Die Entspannungsphase muss besonders gründlich und lange durchgeführt werden. Lassen Sie sich Zeit. Falls Sie auf die Entspannungsphase verzichten, dann werden Sie keinen ausreichenden Effekt verspüren können. Also entspannen Sie sich. Wenn Sie bemerken, dass der gesamte Nackenbereich ungewohnt warm ist, so als wären Sie gerade massiert worden, und Sie fühlen sich entspannt und wohl, dann haben Sie alles richtig gemacht. Sollten Sie dagegen Druck im Kopf oder gar beginnende Kopfschmerzen spüren, dann ist bei Ihnen Pressatmung eingetreten. Das heißt, Sie haben nicht ruhig und regelmäßig weitergeatmet. Am besten, Sie machen die Übung gleich nochmal unter besonderer Beachtung der richtigen Atmung, dann verschwinden diese Nebenwirkungen wieder. Jetzt sieht die Platte aus. Das war's. Das ist toll. Es ist schon mal, liebe Tierfreunde, die Stars aus der ZL4 und Serie Hallo Robby, mit ihrem Trainer Roland Duss und seiner Frau Petra. Hier bei uns das Seelöwenpärchen Chippy und Elvis. Herzlich Willkommen, hallo. Hallo, hallo. Elvis. So, wer ist Chippy, wer ist Elvis? Das ist Chippy. Und das ist Elvis. Das ist Elvis. Er stellt sich gleich selber vor. Er ist das Männchen und Chippy ist seine Frau. Eine von seinen Frauen. Wie viel hat er? Vier. Ist das bei Seelöwen normal? Ja, ganz normal. Ja? Ganz normal. Die haben auch eine Tochter, eine gemeinsame. Haben sie auch eine Tochter, ja. Ja? Wie heißt die? Joey. Joey. Die ist jetzt in diesem Hallo Chippy. Ist er schon dressiert oder ist das so eine natürliche Reaktion? Beides zusammen. Ja. Einen Teil davon hat sie gelernt und jetzt benutzt es natürlich, wenn sie Aufmerksamkeit erregen will. Ich meine, die sind ja, wenn man hier so steht, riesengroße Tiere. Wie schwer ist Elvis? 350 Kilo. Ja. Unsere Stellung für Bilder zu sehen sind. Sollte es mal eine Bundeswehrausstellung geben, wird es solche Bilder nicht geben. Denn Psychologie steht ganz oben. Sicherheit der Soldaten. Eingebunden sein in einen internationalen großen Auftrag, wie jetzt dieses robuste UNO-Mandat, unsere NATO-Partner unter Führung unserer amerikanischen und englischen Freunde. Und wir haben uns umgehört bei der Bundeswehr. Und es gibt Folgendes. Es gibt Entspannungsübungen auf CD vom Zentrum Innere Führung der Bundeswehr. Das ist diese CD. Innere Führung in Koblenz, Informations- und Medienzentrale. Das ist großartig. Unsere Jungs haben das im Gepäck. Ja. Kann man überhaupt sagen, unsere Jungs? Oder ist das zu despektierlich? Ne, es sind unsere Jungs, wie unsere Nationalmannschaft. Bitte, 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 bist du wahnsinnig. Wir wollen, dass ihr gesund zurückkommt. Aber es wäre auch vielleicht mal was für unsere Nationalmannschaft, um eine Möglichkeit. Sagt man, sagt über die Meditation zum Kampf finden. Ja. Und dann zum Sieg. Die Musik wurde eingespielt von Dr. Michael Schwamm, dem Leiter des Stabsmusikschor der Bundeswehr. Großartige Band, immer bei großen Anlässen. Gerade ich als Zivildienstleister höre gern Militärmusik. Habe ich festgestellt. Schon während des Zivildienstes habe ich gerne mit mir mal einen flotten Marsch aufgelegt. Das muss kein Widerspruch sein. Denn ich sage immer so, wer flötert, schießt nicht. Eine Form von Friedenssicherung. Der Sprecher ist Oberst Hans-Jürgen Volkertz. Und da sollten Sie mal drauf achten. Ich finde, Oberst Volkertz hat einen ähnlichen, leichten Akzent wie Bodo Hombach. Achte mal auf das R gleich. Hier, Bodo Hombach bleibt ja Balkanbeauftragt, habe ich jetzt in der FAZ gelesen. Jetzt aber im Auftrag der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und wenn Sie hier mal drauf hören, ja, Sie werden hören, das R von Oberst Volkertz ist ein bisschen ähnlich wie das von Bodo Hombach. Und das sind Übungen, die die Soldaten hören, falls irgendwo ein Schuss fällt draußen. Nein, zur psychologischen Vorbereitung. Ach so, zur psychologischen Vorbereitung. Ja. Nein, es ist ja wirklich, also man hat uns das erklärt, dass vor 1996 es das richtig verpönt war bei der Bundeswehr, über einen ämteren Tod von Kameraden oder so nachzudenken. Und das ist natürlich schon schwierig, also psychologisch. Und darauf werden jetzt alle Soldaten bei den Auslandseinsätzen vorbereitet. Mit der CD und mit Lehrgängen. Mit Lehrgängen. Zu der CD kommen wir gleich. Gleich. Wir kommen gleich zu dieser CD. Aber erst zeigen wir Ihnen diese Lehrgänge. Und zwar, das hat auch die innere Führung ausgearbeitet. Das ist das Arbeitspapier und das wird normalerweise als Foliant auf so einen Overhead-Projektor. Kennen Sie auch aus der Schule, wo immer der Streber den aufgebaut hat für den Lehrer. Ja, unser eins hat schnell noch einen Pimmel drauf gemalt. Und dann kam die Referendarin und sagte, nun heute der Zitronensäure-Zyklus. Harald, es reicht! Dabei war ich es gar nicht. Ich habe nur einen angestiftet. Hier, das Arbeitspapier, das wäre auch was für uns vorfühlen. Lärm. Ganz wichtiger Stressfaktor. Das habe ich bei Ernst Jünger gelesen, wie lange, lange es im Schützengraben dauert, bis man zum Beispiel ein Schrapnell von einer Granate unterscheiden kann. Allein vom Sound her. Gerüche. Kann belastend wirken. Ja, aber es geht noch weiter. Nämlich, Zentrum Inneres Führung der Bundeswehr, die Trennung von Vertrauten. Da dachte ich zunächst mal, hätte die DDR wieder rausgerissen. Hier oben, ja. Weiß ich. Die Angst, von der Familie getrennt zu sein. Dann kommen zwei sehr, sehr wichtige Elemente. Angst vor dem Einsatz und natürlich die Angst im Einsatz. Was ich vermisse, ist die Angst nach dem Einsatz. Aber das könnte man nicht machen, weil sonst würde ich sagen, bleib doch einfach zu Hause. Ja, aber das ist natürlich im Rahmen unserer internationalen Eingebundenheit und das ist es auch, was uns wieder zu einem doch geschätzten Mitglied in der Völkergemeinschaft gemacht hat. Dass wir keinen deutschen Sonderweg mehr gehen, sondern mit dabei sind, wenn es darum geht, Frieden zu stiften. Kommunikationseinschränkungen, kein D2-Netz natürlich in Tora Bora, das ist klar. Ja, und Versagensangst. Am Steuer? Heißt es hier? Ich glaube es ist gut. Relativ neutrales, wobei es mich schon irritiert, dass die Bundeswehr ein Foto rausgibt, wo man genau auf den Mittelstreifen fährt. Aber, das ist, ich war ja nicht beim Bund. Nee, ich auch nicht. Ich habe ja aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe verweigert, damals. Haben Sie auch, die Gründe weiß ich gar nicht mehr. Muss mal nachgucken, muss sich das schriftlich einreichen auf zwölf Seiten. Dann, jetzt kommen wir zum letzten Folianten der Belastungsfaktoren, Stress. Erleben des Stresses von Kameraden und Vorgesetzten. Man selber ist eigentlich gut drauf, aber Kumpel Walter von der Pritsche nebenan dreht durch. Kennt man eigentlich vom Pfadfinderzeltlager. Ich will holen. Der Unterschied beim Pfadfinderzeltlager ist natürlich, da kam zwei Tage später, der Vater von Walter hat ihn abgeholt. Das geht natürlich in Kabul nicht. Ist klar. Ja, weiterer Stressfaktor. Umgang mit Schwerverletzten und Schwerkranken. Und dann, sehr ernstes Thema, Erleben des Sterbens. Das Erleben des Sterbens. Zwei Euro Münzen, es kann zu Allergien kommen und es ist Tributylzinn. Jetzt ganz gefährliches. Tributylzinn im 10-Euro-Schein. Das heißt, Vorsicht, vor ein Euro Münzen, vor zwei Euro Münzen und vor 10-Euro-Scheinen. Das heißt, am besten kaufen Sie nichts, was 13 Euro kostet. Dann können Sie vermeiden, dass Sie das überhaupt anfassen müssen. Es muss nicht dazu kommen, aber es kann. Ich habe es probiert. Ich habe kein Problem mit den Münzen, muss ich sagen. Ich finde nur, der 500-Euro-Schein ist ein bisschen sehr hart an der Nase. Dann, wenn ich jetzt abends über einen Geldspeicher bade, trage ich einen Neoprenanzug. Man weiß ja nie, oder? Öko-Test teilt uns freundlicherweise mit. Tributylzinn. Tributylzinn verursacht, und das ist wirklich ängstlich, also furchterregend, bei Fischen und Schnecken Hormonstörungen. Liebe Fische, liebe Schnecken, dann zahlt doch bitte in Zukunft mit Karte. Der Euro ist so giftig, ich höre schon den Anwalt sagen, wir haben den Prozess gewonnen, aber Ihr Mann will alles in Bar bezahlen, Frau Wusso. Unsere Bundeswehr auf dem Weg nach Kabul, Sie wissen, Zwischenlandung in der Türkei. Dort ist, wie man das in der Türkei kennt, Schnee. Viele fahren ja in die Türkei mittlerweile zum Skifahren. Und man ist noch in Trabzon. In Trabzon, in der Türkei, wartet man jetzt drauf, um die Friedensmission, die große Friedensmission der UNO unter Leitung unserer amerikanischen, uneingeschränkt solidarischen amerikanischen Freunde, starten zu dürfen. Und bei der Landung in der Türkei, der Bundeswehrsoldaten, gab es einige Missverständnisse, weil die Türken haben gedacht, es kommen die Bewährungshelfer für Christoph Daum. Nein! Natürlich in Kabul sind die Verhältnisse anders als hier. Man spricht von gebäudeähnlichen Unterkünften. Gebäudeähnlichen. Es ist wie in diesem Lied, wir Älteren kennen das, wissen Sie. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Es ist wie in diesem Lied, nur ohne Kaserne, ohne Toren, ohne Laterne. Herbert Charlotte, the Lion King. Sätze, die unsere Bundeswehrsoldaten bei dem von der UNO mit einem robusten Mandat ausgestatteten Friedenseinsatz in Afghanistan eventuell vielleicht einmal ganz gut gebrauchen können. Unser Angebot für einen ersten Kontakt. Hier sind die Top 5 Sätze, die unsere Bundeswehrsoldaten bei einem von der UNO mit einem robusten Mandat ausgestatteten Friedenseinsatz in Afghanistan eventuell vielleicht ganz gut gebrauchen könnten. Nummer 5, gib mir sofort meine Later Kampfausrüstung zurück. Nummer 4, wussten Sie, dass Sekt länger frisch bleibt, wenn man einen Löffel in die Flasche steckt, Herr Laden? Nummer 3, ach du Kacke, wo ist mein linkes Bein? Nummer 2, willst du noch auf einen Kaffee mit drauf in meine Höhle kommen? Nummer 1, und der Top 1 Satz eines total rumbusten mit der UNO-Mandat ausgestatteten Einsatz unserer Bundeswehr, die man vielleicht in Afghanistan einmal ganz gut gebrauchen könnte, ist... Nehmen Sie nur D-Mark. Hallo Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst heilig an. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst heilig an. Aber es geht weiter. Die Bundeswehr, eine hochmoderne Armee. Wir alle wissen, was jetzt bei der Wehrmachtsausstellung für Bilder zu sehen sind. Sollte es mal eine Bundeswehrausstellung geben, wird es solche Bilder nicht geben, denn Psychologie steht ganz oben. Sicherheit der Soldaten, eingebunden sein in einen internationalen großen Auftrag, wie jetzt dieses robuste UNO-Mandat, unsere NATO-Partner unter Führung unserer amerikanischen und englischen Freunde. Und wir haben uns umgehört bei der Bundeswehr und es gibt Folgendes. Es gibt Entspannungsübungen auf CD vom Zentrum Innere Führung der Bundeswehr. Das ist diese CD. Innere Führung in Koblenz, Informations- und Medienzentralen. Das ist großartig. Unsere Jungs haben das im Gepäck. Kann man überhaupt sagen, unsere Jungs, oder ist das zu despektierlich? Ne, es sind unsere Jungs, wie unsere Nationalmannschaft. Bitte, 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 bist du wahnsinnig. Wir wollen, dass sie gesund zurückkommt. Aber es wäre auch vielleicht mal was für unsere Nationalmannschaft, um eine Möglichkeit. Man sagt, über die Meditation zum Kampf finden und dann zum Sieg. Die Musik wurde eingespielt von Dr. Michael Schwamm, dem Leiter des Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Großartige Band, immer bei großen Anlässen. Gerade ich als Zivildienstleister höre gern Militärmusik. Habe ich festgestellt. Schon während des Zivildienst habe ich gerne mal einen flotten Marsch aufgelegt. Das muss kein Widerspruch sein. Denn ich sage immer so, wer flötet, schießt nicht. Das ist eine Form von Friedenssicherung. Der Sprecher ist Oberst Hans-Jürgen Volkertz. Und da sollten Sie mal drauf achten. Ich finde, Oberst Volkertz hat einen ähnlichen, leichten Akzent wie Bodo Hombach. Achte mal auf das R gleich. Hier, Bodo Hombach bleibt ja Balkan-Auftragter, der beispielsweise ein Schrapnel von einer Granate unterscheiden kann. Allein vom Sound her. Gerüche. Kann belastend wirken. Ja, aber es geht noch weiter. Nämlich. Zentrum Inneres Führung der Bundeswehr. Die Trennung von Vertrauten. Da dachte ich zunächst mal, hätte die DDR wieder rausgerissen. Hier oben, ja. Weiß ich. Die Angst, von der Familie getrennt zu sein. Dann kommen zwei sehr, sehr wichtige Elemente. Angst vor dem Einsatz. Und natürlich die Angst im Einsatz. Was ich vermisse, ist die Angst nach dem Einsatz. Aber das könnte man nicht machen, weil sonst würde ich sagen, bleib doch einfach zu Hause. Ja, aber das ist natürlich im Rahmen unserer internationalen Eingebundenheit. Und das ist es auch, was uns wieder zu einem doch geschätzten Mitglied in der Völkergemeinschaft gemacht hat. Dass wir keinen deutschen Sonderweg mehr gehen, sondern mit dabei sind. Wenn es darum geht, Frieden zu stiften. Kommunikationseinschränkungen. Kein D2-Netz natürlich in Tora Bora, das ist klar. Ja. Und Versagensangst. Am Steuer? Heißt es hier? Ich glaube es ist gut. Relativ neutrales, wobei es mich schon irritiert, dass die Bundeswehr ein Foto rausgibt, wo man genau auf den Mittelstreifen fährt. Aber, das ist, ich war ja nicht beim Bund. Nee, ich auch nicht. Ich habe ja aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe verweigert. Damals. Haben Sie auch, die Gründe weiß ich gar nicht mehr. Muss mal nachgucken, muss sich das schriftliche einreichen auf zwölf Seiten. Dann, jetzt kommen wir zum letzten Folianten der Belastungsfaktoren. Stress. Erleben des Stresses von Kameraden und Vorgesetzten. Man selber ist eigentlich gut drauf, aber Kumpel Walter von der Pritsche nebenan dreht durch. Kennt man eigentlich vom Fahrtfühlen der Zeltlager. Ich will holen. Der Unterschied beim Fahrtfühlen der Zeltlager ist natürlich, da kam zwei Tage später, der Vater von Walter hat einen Abkohlt. Das geht natürlich in Kabul nicht. Ist klar. Ja, weiterer Stressfaktor. Umgang mit Schwerverletzten und Schwerkranken. Und dann, sehr ernstes Thema, Erleben des Sterbens. Das Erleben des Sterbens. Und das ist wichtig, dass bis vor fünf Jahren war diese ganze Thematik in der Bundeswehr noch thematisiert. Ne, tabu. Also eben nicht tabu. Tabu? Ja. Ich habe gesagt thematisiert. Ja, genau. Nein, die Thematik war tabuisiert. Ganz genau. Und jetzt wird das Tabu thematisiert. Löwe und Seehund? Ja. Und zwar ist das etwas, das wirklich Nachholbedarf, wo wirklich Nachholbedarf besteht. Ja. Weil die Leute verwechseln das immer mit den Seehunden. Ja. Man sagt immer Seehunde, überhaupt nicht. Weil es ist ganz einfach auseinander zu kennen. Seehunde haben ganz kurze Flossen vorne. Aha. Eins von den Merkmalen. Ja. Jawohl. Also er hat zwei große und hinten hat auch noch zwei. Zeig mal die zwei hinten. Ganz kaum. Und es ist richtig, man kann mit Ihnen ein Interview machen? Ja, kann man. Kann ich das auch machen oder müssen Sie das machen? Ne, können Sie machen. Er spricht einfach, wenn ich eben das Mikrofon hinhalte. Einfach das Mikrofon hinhalten. Elvis, sag mal was Schönes, was Nettes. Ne, hier ist das Mikrofon. Guck hier. Das wird aber richtig warm. Ja, da kommt einige Luft draus. Wie ist das denn so in der Zeit, also mit dem Paarungsverhalten? Ist er da aggressiv? Haben Sie auch Angst vor ihm in der Zeit? Also in der Zeit stellen wir einfach das Arbeiten ein. Ich meine, das ergibt sich von ganz alleine. Ja. Er kümmert sich dann so intensiv um ein Weibchen und ich bin also noch so geduldet mit Mastern von drei, vier Metern. Und alles, was darüber ist, gilt ich dann schon als... Wie setze ich jetzt hin? Setze ich hin, los. Merken Sie das rechtzeitig, wenn es mit dem Paarungsverhalten so weit ist? Einfach ein riesen Radau in dem Stil hier. Und dann wissen wir auch Bescheid. Und dann brauchst du gar nicht mehr diskutieren. Dann lässt man ihn in ihre Ruhe. Wie lange dauert das? Das ist eigentlich, wenn das so alles schön funktioniert und die zwei harmonisieren, so wie das bei uns der Fall ist, so 24 Stunden. Und jetzt ist es möglich, dass unsere liebe Susanna ein kleines Kunststück mit dem Elvis macht. Ich muss sagen, ich finde das ganz toll. Ich hätte mich nicht getraut. Wirklich. Nicht mehr, eben waren die ruhiger. Eben waren die ruhiger, aber ich glaube, das täuscht. Ihr habt das heute Mittag ein bisschen geübt und es hat ja toll funktioniert. Das ist Frau Duss. Und Susanna wird jetzt auf der Schnauze von Elvis reiten. Also ganz locker draufsetzen. So, Beine ein bisschen anziehen. Hier, hier. Aber toll. Aber ganz toll. Ich hätte mir das nicht getraut. Das ist ja auch ein bisschen stackelig. Er ist schlecht passiert. Ja, die Tiere leben, wo leben die Tiere? In Spanien sind die in einem großen Tierpark, in einem Freizeitpark, habe ich gelesen. Ja, also ein richtiger Tierpark mit dem Delfinarium, ein großes, wunderschönes Delfinarium. Das Mundo Mar in Spanien. Ja. Da sind die zu Hause, wenn wir nicht drehen oder nicht unterwegs sind. Nummer drei. Ach du Kacke, wo ist mein linkes Bein? Nummer zwei. Willst du noch auf einen Kaffee mit rauf in meine Höhle kommen? Und der Top Number One Satz eines total rombusten, mit der UNO-Mandat ausgestatteten Einsatz unserer Bundeswehr, die man vielleicht in Afghanistan einmal ganz gut gebrauchen könnte, ist... Nehmen Sie nur D-Mark. Hallo Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst heilig haben. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst heilig haben. Aber es geht weiter. Die Bundeswehr, eine hochmoderne Armee. Ja, wir alle wissen, was jetzt bei der Wehrmachtsausstellung für Bilder zu sehen sind. Sollte es mal eine Bundeswehrausstellung geben, wird es solche Bilder nicht geben. Denn Psychologie steht ganz oben. Sicherheit der Soldaten. Eingebunden sein in einen internationalen großen Auftrag, wie jetzt dieses robuste UNO-Mandat, unsere NATO-Partner unter Führung unserer amerikanischen und englischen Freunde. Und wir haben uns umgehört bei der Bundeswehr. Und es gibt Folgendes. Es gibt Entspannungsübungen auf CD vom Zentrum Innere Führung der Bundeswehr. Das ist diese CD. Innere Führung in Koblenz. Informations- und Medienzentrale. Das ist großartig. Unsere Jungs haben das im Gepäck. Kann man überhaupt sagen, unsere Jungs, oder ist das zu despektierlich? Ne, sind unsere Jungs, wie unsere Nationalmannschaft. Bitte, 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 bist du wahnsinnig. Wir wollen, dass ihr gesund zurückkommt. Aber es wäre auch vielleicht mal was für unsere Nationalmannschaft, um eine Möglichkeit, sagt man, über die Meditation zum Kampf finden und dann zum Sieg. Die Musik wurde eingespielt von Dr. Michael Schramm, dem Leiter des Stabsmusikschor der Bundeswehr. Großartige Band, immer bei großen Anlässen. Gerade ich als Zivildienstleister höre gern Militärmusik. Habe ich festgestellt. Schon während des Zivildienstes habe ich gerne mit mir mal einen flotten Marsch aufgelegt. Das muss kein Widerspruch sein. Denn ich sage immer so, wer flötert, schießt nicht. Das ist eine Form von Friedenssicherung. Der Sprecher ist Oberst Hans-Jürgen Volkertz und da sollten Sie mal drauf achten. Ich finde, Oberst Volkertz hat einen ähnlichen, leichten Akzent wie Bodo Hombach. Achte mal auf das R gleich. Hier, Bodo Hombach bleibt ja Balkanbeauftragter, habe ich jetzt in der FAZ gelesen, jetzt aber im Auftrag der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und wenn Sie hier mal drauf hören, ja, Sie werden hören, das R von Oberst Volkertz ist ein bisschen ähnlich wie das von Bodo Hombach. Und das sind Übungen, die die Soldaten hören, falls irgendwo ein Schuss fällt draußen. Zur psychologischen Vorbereitung. Zur psychologischen Vorbereitung. Ja, nein, es ist ja wirklich, also man hat uns das erklärt, dass vor 1996 es das richtig verpönt war bei der Bundeswehr über einen Tod von Kameraden oder so nachzudenken. Und das ist natürlich...